einer für alle und alle für einen du fragst dich warum dieses konzept so selten funktioniert du hast keine lust mehr auf unnötige diskussionen bezahlte reviews oder schlechten support dann bist du bei gamecaster genau richtig halte kontakt zu sympathischen gamern lese unabhängige reviews oder schau dir spannende streams an gamecaster.de because it's dangerous to go alone